FC Köln Ein Spiel das eigentlich schon verloren war, der große Gewinner heute, der erste FC Köln mit einem neuen Sportdirektor und einem ehemaligen Bayern-Profi. Oh my goodness, what a comeback! An incredible comeback after training 2-0. Novakovic gets his brace and on 73 minutes. Football fans out there, that has to warm your heart, even if you're not a Köln supporter. Köln 3 by a 2. Und nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschrochen. Köln 3 by a 3. 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 Köln 4 by a 3. Kevin McKenna mit dem 3 zu 4. Kevin McKenna. Kevin McKenna. Kevin McKenna. Kevin McKenna. Kevin McKenna.